Auch schon ist fester lang. Hier ist er voll mit Fett. Dann wollte er die Pumpe anmachen. Hier ist es immer noch, wenn man sich einen Druck durchbringt. Große Geschichte hier. Seit dem Wochenende läuft hier Wasser. Und das ist jetzt die 150er Leitung. Geht hier rum. Da fehlt nicht mehr viel. Da ist Druck drauf. Hier hat der Hausmeister schon probiert mit Pumpe. Und hat es halt weggepumpt. Wir wollen jetzt auf der Rückseite mal den Schacht finden. Wir müssen den linken Schacht... Das eine wird Regen sein, das rechte. Links ist Toilette. So werden die Schächte draußen sein. Komm mit. Ihr habt eine Hebeanlage... Achso. Die Dame versucht mir die ganze Zeit zu helfen. Aber ihr habt eine Hebeanlage hier unten irgendwo, oder? Auf der anderen Seite. Ja. Also... Wurde ich ja schon lange probiert. Und dann... Dann... Hat man mit Wasser aufgedreht. Nein. Hat man mit Wasser aufgedreht. Hat auch noch einen Rohrbruch. Da muss ich jetzt Wasser tacken. Ausgepumpt haben sie alles. Und das Alkoholpapier hier. Wir müssen jetzt um die Ecke. Mal gucken. Da sind Schächte, da fahre ich jetzt hin. Aber ich brauche Wasser. So mach hin. Ich habe keinen Bock hier im Regen zu arbeiten. So habe ich das nicht vorgestellt. Aber... Das ist gut gemacht. invest ages ? 階alen... contentos вдруг mit Wasser... Überraschung hinter mir. ... complain sind nicht sowas. Ich bin. Nemen�5km Wörter... Jeztens nicht nur 하는 Gewicht. Sie sehen ich mich. viele Besitzer. Also einer von denen ist Regenwasser und der andere ist Abwasser, so hatten wir das damals. Der Kanal ist jetzt hier. Das ist natürlich sehr bescheiden hier. Der Blut ist frei. Das ist mit dem Kuhfuß hier eben, das ist nämlich Schachthaken. Das war's. Das war's. Also hier ist es schon mal nicht verstopft. Das war's. Hier ist frei. Also Haus verstopft. Draußen haben wir jetzt aufgemacht, da ist es nicht. Das ist hier irgendwo der Anschluss. Jetzt haben wir gerade gepokert, wer das Ding jetzt aufmacht, weil wir müssen es aufmachen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist ja voll mit Fett. Das war's. 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 Das ist gut drin. So, hier oben, jetzt ist der Knach. Der Ding ist ja vorne fest. Fett. Fett. Das Weiße ist Fett. Wie konnte das passieren? Ja, schön sauber. Gut, pumpen wir ab und dann fangen wir mal an. Wow. So cool. Ja, machen wir so cool. Ja, machen wir so cool. Ja, schön. Ja, schön. Ja, schön. Aber sie haben wir mal an. Ja, können wir mal an. Ja, gut. Kaffee Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020